. Die Jahreszahlen des Gewinns des DFB-Pokals. Daran wird jetzt hier erinnert. Die größte Choreokai der Finns, die Düsseldorf je gesehen hat. Bemerkenswert und wunderschön anzuschauen. Wenn das Spiel das hält, was die Zuschauer hier an Rahmen schon mal geschaffen haben, dann wird es mit Sicherheit ein sehr unterhaltsamer Abend. Vor 31 Jahren kam es hier zum letzten Pokalduell. Fortuna gewann mit 3 zu 0. Rehagel besiegte Lattec. Das Duell der Torhüter damals hieß Daniel gegen Immel. Und das sind die beiden Kapitäne links. Sebastian Kehl vom BVB rechts. Andreas Lampard und Manuel Gräfe mit seinen Assistenten Markus Hecker und Bastian Dankert. Fußball live im ZDF.